Herzlich Willkommen, schön, dass Sie uns besuchen. Mein Name ist Nils Niefund, ich bin Inhaber der Firma Hartmann Sanitär- und Heizungstechnik. Wir stehen für Kompetenz, Termintreue und Kundenzufriedenheit seit über 90 Jahren in Braunschweig und der Region. Wenn Sie Fragen haben oder einen Termin brauchen, können Sie uns während unserer Geschäftszeiten jederzeit telefonisch erreichen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen dann gerne zur Verfügung. Wenn Ihr Auftrag bei uns eingegangen ist, werden unsere Monteure über die geplanten Arbeiten informiert, um Ihr Problem schnell und effektiv zu lösen. Bei technischen Fragen und Beratungen vor Ort stehen Ihnen unsere Meister und Techniker zur Verfügung. Ausgerüstet mit modernen Werkzeugen und qualitativ hochwertigem Material machen sich unsere Monteure auf den Weg zu Ihnen. Durch unser großes Ersatzteillager und gut sortierte Großhändler haben Sie keine langen Wartezeiten. Damit Sie alles aus einer Hand erhalten, haben wir unsere Angebotspalette um den Bereich des Fliese-Legens erweitert. Für alle Bereiche leisten unsere Mitarbeiter fachmännische und nachhaltige Arbeit, wie Sie es von Firma Hartmann gewohnt sind und erwarten. Nun konnten Sie einen Einblick in unser Unternehmen gewinnen. Außerdem haben wir einen Online-Shop mit einer großen Produktauswahl mit hochwertigen Marken für Ihr Badezimmer. Wir freuen uns auf den Auftrag. Hartmann GmbH Sanitär und Heizung. Ihre Adresse für Qualität und Service in Braunschweig und Umgebung.